Die betriebliche Krankenversicherung, eine Investition in die Gesundheit der Mitarbeiter. Als Unternehmen ist es wichtig, sich um das Wohl der Mitarbeiter zu kümmern. Dazu gehört auch die Absicherung im Falle von Krankheit. Eine betriebliche Krankenversicherung kann hierbei eine sinnvolle Investition sein. Durch eine betriebliche Krankenversicherung können Arbeitgeber ihren Mitarbeitern eine zusätzliche Absicherung bieten, die über die gesetzliche Krankenversicherung hinausgeht. So können beispielsweise Leistungen wie Chefarztbehandlung, ein- oder zwei-Bettzimmer im Krankenhaus oder alternative Heilmethoden abgedeckt werden. Doch nicht nur für die Mitarbeiter ist eine betriebliche Krankenversicherung von Vorteil. Auch für das Unternehmen selbst kann sie sich lohnen. Denn eine gute Absicherung der Mitarbeiter kann dazu beitragen, dass diese schneller wieder gesund werden und somit schneller zurück an den Arbeitsplatz können. Dies kann Ausfallzeiten und Produktionsausfälle reduzieren und somit Kosten sparen. Zudem kann eine betriebliche Krankenversicherung auch ein wichtiger Faktor bei der Mitarbeiterbindung sein. Denn Mitarbeiter, die sich gut abgesichert fühlen, sind oft zufriedener und motivierter. Insgesamt ist die betriebliche Krankenversicherung eine Investition in die Gesundheit der Mitarbeiter und somit auch in den Erfolg des Unternehmens. Wenn auch Sie Ihren Mitarbeitern eine zusätzliche Absicherung bieten möchten, sollten Sie sich über eine betriebliche Krankenversicherung bei unserem, auf dieses Thema spezialisierten Team informieren. Gerne beraten wir Sie direkt in den Räumlichkeiten Ihrer Firma oder stellen das Produkt auf der nächsten Betriebsratssitzung für Sie vor. Nutzt einfach diesen QR-Code, um auf unsere Website zu gelangen. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis bald! Ihr Team von Kim Yeising Versicherungen